In Bockau wurde vor 20 Jahren mit dem Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses begonnen. Am 16. Oktober 1998 wurde der Grundstein für das Millionenobjekt gelegt. In unmittelbarer Nähe des Sachsenhofes entstand eine Fahrzeughalle, ein Schulungsraum, Sanitärräume und eine Wohnung für den Gerätewart. Im benachbarten Lauter wurde einen Tag später durch den damaligen Bürgermeister der Stadt, Karl-Heinz Richter, ein neues Feuerwehrgebäude formell seiner Bestimmung übergeben. Da die Feuerwehr bisher in einem Privatgebäude untergebracht war, beschloss man 1995 den Neubau. Mit dem Bau konnte dann im Herbst 97 begonnen werden. Die Investitionen beliefen sich insgesamt auf 1,7 Millionen D-Mark. Der neue Standort der Freiwilligen Feuerwehr Lauter befindet sich am Festplatz auf der Straße des Friedens. Wie gesagt, diese Bilder aus dem Kabeljournalarchiv sind 20 Jahre alt. Genau. So. Vielen Dank.